Wie fühlen Sie sich, Vayne, wenn Sie auf den Steinen stehen, über die das Blut Ihrer Eltern floss? Fühlen Sie Trauer? Bruce! Fühlen Sie Wut? Oder hilft Ihnen die Verkleidung, Ihre Gefühle zu verstecken, wie Ihr wahres Ich? Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast, und ich werde dich aufhalten. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Wieso arbeitest du allein, Batman? Batman, ich halte dich für jemanden, der die Einsamkeit genießt. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Mayday! Wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gotham! Wenn du den Raum vor dir löst, kannst du sie retten. Wenn nicht, werden sie sterben. Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Wirst du jetzt ein braver Junge sein und die Fein ergeben? Wirst du jetzt? Ah!